Salve Atuti, wir haben Mittwochabend, das ist 17.34 Uhr, es ist Dax-Time, aber da wollte ich ein kleines Update geben zum Gold. Hatte sich jemand gewünscht und wenn ich das irgendwie hinkriege, mache ich das auch. Also ich habe gesagt, dass mich diese, wo ist jetzt hier mein Fernwurz, da, dass mich diese Bewegung hier, die hat mich also völlig rausgebracht. Das lief eigentlich das ganze Jahr aber ganz gut, aber die hat mich völlig rausgebracht und wenn man das so sieht, sieht das aus wie so eine Art Fat Finger. Aber anders kann man es gar nicht sagen, vor allem die Gegenbewegung war natürlich super heftig und da ist halt einiges so passiert. Ich bin nicht dabei im Gold, weil wenn mir sowas passiert, dass ich hier was nicht sehe, dann gebe ich dem Wert erstmal so zwei, drei Wochen Raum. Wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit, das sind jetzt gerade wieder die letzten vier Tage, nicht nur die 20-Tage-Linie erboden, sondern auch die 200-Tage-Linie und diesen Trend. So, da sind wir durch. Mit Schlusskurs, das muss dann gewesen sein der Freitag, oder? Ja doch, Freitag sind wir da durch. Wir haben vorhin sogar dieses kleine Hoch, was wir hatten vom 1.9. bei 1952 haben wir überboten, sind aber dann relativ schnell wieder abgefallen. Im Moment handeln wir bei 1.900, ich rundeleicht 45. Auffallend ist in diesem Zusammenhang, dass wenn ich von hier die Fibos anlege, dieser Hochpunkt von heute ziemlich genau das 61er ist, dieses hier. Und das obere Band und der Chart-Widerstand. Also es läuft hier oben alles so ein bisschen zusammen. Ich glaube, es wird sich da ein bisschen schwer tun. Ich bin mir aber auch ganz sicher, dass in den letzten Tagen hier einige verwirrt wurden, also außer mir. Deswegen, ich bin nicht dabei. Ich mache es euch jetzt schon mal scheine hier hoch. Ich habe nämlich welche ausgesucht für euch. Ich bin zwar nach wie vor, ich habe mir auch den letzten Film nochmal angehört, der Meinung, dass es ein bisschen weiter gehen wird. Vielleicht sogar noch in diesem Jahr über die 2000. Ich lasse trotzdem diese Linie hier drinnen, die vom All-Time-High kam, weil die ist jetzt so bei 1905, ganz grob, eher 1907 und verbindet sich hier mit dem 38er von dieser eben gezeigten Bewegung. Ich glaube, ich möchte schon glauben, dass es weiter geht. Aber jetzt vor dem Hintergrund dessen, was da unten passiert, in und um Israel herum, ich kann das nicht werten. Das kann also ganz schnell einen Sprung machen von nochmal 150, 200 Punkten nach oben. Das kann aber auch erstmal wieder runterkommen. Wobei ich das runter eigentlich, ich habe es aber hier auch nicht gesehen, eigentlich nicht sehe. Aber wie gesagt, hier, mit der Bewegung konnte ich nichts anfangen, die hat mich völlig aus dem Tritt gebracht. Das hier sind keine Kaufempfehlungen, sondern, ich nenne es mal Suchhilfen, damit ihr da nicht lange rummachen müsst. Ein 1806er, da sind wir unter diesem Low. Im Moment einen relativ kleinen Hebel von 13. Dem, das zu kühl ist oder nicht heiß genug, habe ich auch einen bei 1874, da sind wir so ganz grob um die 20-Tage-Linie herum. Und den Put, den kann ich erst nehmen über dem All-Time-High. Also das kann hier nach wie vor sehr schnelle Bewegungen nach oben und unten machen, weil da sind mit Sicherheit einige auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ich glaube nicht, dass große Shorts bestehen im Gold. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das jetzt hier ein riesen Shorts-Quiz war. Das war eher vielleicht ein Frust, aber ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Ich halte mich da raus. Ich gebe dem Gold nochmal zwei Wochen. Das muss mich jetzt erstmal davon überzeugen, dass dieses Niveau hier richtig ist oder vielleicht auch falsch ist. Ich halte mich da völlig raus. Damit gehen wir jetzt mal auf den DAX. Schauen wir her. Sudele. Bleibt innerhalb dieser Leitplanken hier. Da ist nichts zu sehen. Schafft momentan nicht die 20-Tage-Linie. Die liegt bei 15.282. Ich fand ihn heute erstaunlich schwach. Was ich hier unten habe als schönen Support von 14.946, das war hier das Low, über das untere Band, bis hin zu diesem von mir eingezeichneten Trend, der kommt von hier hinten, ist für mich der Bereich zwischen 14.946 und 14.990 ist eine relativ stabile Zone. Da glaube ich also nicht, dass wir so ohne weiteres durchgehen, externe Einflüsse außen vor gelassen. Wir haben Zahlen, und das müsste jetzt eigentlich auch gleich kommen, SAP, da war noch irgendwas, Deutsche Börse. Die müssen jetzt kommen. Ich weiß nicht genau, wann die da, es hieß Post Market. Das kann auch nochmal heftige Einflüsse haben. Ich glaube nicht, dass wir die Range hier nennenswert verlassen. Vor allen Dingen glaube ich nicht, dass wir hier oben erst nochmal wieder rangehen. Ich hatte neulich gesagt, dass ich noch die Hälfte der Sparpläne offen habe. Ich habe auch gesagt, bei 15.570 stoppe ich die. Manchmal hat man Glück an der Börse. Da war ich im Auto, da bimmelt das Handy, gucke ich drauf, sage ich, gut, vom Auto, also ich habe wirklich nur drauf geschaut, vom Auto aus handele ich nicht. Dann war ich noch eineinhalb Stunden im Auto, und da waren wir schon wieder drunter. Die sind immer noch offen. Aber ich bin auch der Überzeugung, sollten wir, was ich nicht erwarte, über diese Bereiche gehen, über die 15.555 und da schließen, dann ziehe ich da nochmal hoch. Ich sehe es alleine nicht. Ich habe keinen Beweis dafür. Das hier bleibt aber Unterstützung. Jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die 4-Stunden-Einheit. Die ist tief, aber neigt noch nirgendwo zur Stabilität. Stabilität, weder hier noch über den Trendfolger. Gucken wir mal die Stunde, was da noch ist. Ja, die Stunde ist tief. Was mich da weiterhin davon überzeugt, dass wir diesen Bereich hier nicht unterbieten werden, aber wir können durchaus hingehen. Das ist ja nicht viel. Das sind ja nur so ganz grob 130 Punkte. Das ist ja noch nicht mal ein Prozent. Das kann jederzeit passieren. Heute Abend geht es los mit Tesla-Zahlen und ich hatte es in dem Nasdaq-Film gesagt, da kommen jetzt also alle möglichen Zahlen. Das wird die Nasdaq beeinflussen. Wenn es die Nasdaq beeinflusst, dann nehmen wir das auch ein bisschen mit. Ich bin nach wie vor tendenziell eher etwas short. Ich habe heute das erste Mal seit langer Zeit mal wieder Lufthansa gekauft, weil ich mag die um den Bereich so 7 bis 6,80. Ich mag die, bin aber auch bereit, bei 6,30, 5,80 noch mal weiter zuzukaufen. Das möchte ich einfach besitzen. Die will ich haben. Aber ansonsten habe ich hier nach wie vor noch so auch die besprochene Putz im Nasdaq. Wobei Nvidia, das ging so schnell so gut, da habe ich dann auch mal gesagt, danke, nehme ich mit. Aber ich sehe jetzt hier, ich will hier keinen übertriebenen Aktionismus ausrufen. Schön ist der DAX nicht. Und nach wie vor fehlt mir irgendwie ein Hinweis, dass wir hier irgendwo drüber gehen könnten. Dennoch glaube ich, dass dieser Bereich hier erstmal halten wird. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fälle Beute. Achso, die Scheine. Oh Gott, das will die Scheine. Hier sind sie. Der 14.583er, der liegt hier unter diesem Bereich. Das kann man, wenn wir hier unten sind, durchaus mal probieren. Aber man sollte sich stoppen unter der 14.750. Das ist der hier, GZ96U2. Und als Putz habe ich eingenommen, der ein bisschen weiter weg ist, 15.956. Weil ich muss auch damit rechnen, dass er irgendwann mal hier so ein bisschen hoch geht. Rechne aber nicht damit, dass wir diese grau schraffierte Leitpranke überspringen, überspringen. So, jetzt aber. Ich wünsche euch mal das Happy Trading und fälle Beute. Baba.